in den dünnen 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 so dann probieren wir uns halt mal weiter dünn 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 in den Bordelands funktioniert nicht mehr na na ja von wegen hier ne ja ja gut schlechter so Bordelands nechser Eigenschaften wo es halt auf Hardware kommt weißt du dann willst man drinnen jetzt ja ich fand's lustig wo Loro das dicke Ding da mit dem Stapier poltert und er hat oh oh das war richtig geil ich setze sie extra auf auf dem Hügel und wo man da ja auch gerne Akku kriegt weil ja da hat ja bloß Level 7 gehabt oder so da hab ich gedacht ach komm weißt du das Ding schnell ich jetzt einfach von hier oben weg die Arschlöcher die unten stehen die machen das schon nein ich hab einfach gedacht das Ding kommt kaum bis zu euch hin weil es groß ist und ich das paar Mal treff halt wär nicht das Problem wenn ich mal ne Waffe hätte die mal Schaden macht das kommt drauf auf was du halt schießt ne Schrot wir wollen keine gute Schrot bis jetzt gibt das kommt noch ich mach's mit einem Schuss keine Ahnung du meinst du ich weiß das jetzt aus dem Körper mach's gut glaub so mach's gut hunderschöne das ist das mit der Dunkelsele was soll ich do mit der Dunkelsele habt ihr das Spiel offen? Spiel ist offen also ich bin so richtig schön dämlich kann bei Romiert nicht beitreten ist grau unterlegt aber ich kann online gehen eine Flasche habe ich jetzt abgeklissen das heißt die kann ich jetzt nicht mehr abgeben warte probiere ich dich mal einzuladen kann ich dich einladen weil du bei mir dann unter Klicker Heroes bist Achso das könnte das Problem sein warum ich dir vielleicht nicht joinen kann so warte mal so warte mal Projekti von Müllers Echtlecker Jo das war das Problem der Marco will ja Tja na dann ich muss breit klicken ich denke immer dass dein Mikrofon was angeschaltet ist und schnell ausmachen kann Let's try again Och nö jetzt sind wir schon wieder vom Tor Komplett Das ist so lange bis wir immer durch sind Jetzt klickt mal wer anders Warte 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 lass mich mal kurz Audio lass mich jetzt mal Audio ausmachen wieder Obwohl es eigentlich aus ist so durch kommen alle hin sicher sicher okay die haben schon alles die Waffe was war das? roten und orange, das war los ich dachte, ich hab das Tor in die Luft gehört Daumen klicken Was? Daumen klicken? Daumen klicken Daumen klicken, ja, es bewegt sich alles noch Das denk ich mir auch jeden Tag, bevor ich durch Spiegel stehe Ich bin durch Yeah, come on, Barbie, let's go, Barbie Oh, oh, Gegner Oh, noch ein Gegner Ey, ihr macht hier schon den übelsten Schaden Ich hab keinen einzigen Schuss getroffen Ja, warum? Der macht schon extrem Schaden Das ist die MG, die ich eben gefunden habe, die du mir gegeben hast Du gesagt hast, verliegt eine MG Mach du die mal klar da draußen, ich sammle hier drinnen Geld ein Okay Oh, das ist doch Non-scope Das heißt das doch now Non-scope No-scope! Non-scope Non-scope Komm ran Achtung, links Die vieche, die versuchen aus der Höhle zu kommen Oh, da kommen hoch Viecher, aber warum sind die immer wieder da? Das ist doch scheiße Die kommt immer wieder Wir müssen überhaupt hin Ach, zu unserer Höhle Ab zum Bed Cave Hey Kieler Boy Ich bin auch bald in Kiel Oh, es gab eine Schrotwinde Ja, hab ich schon gesagt Deswegen haben wir den Jahr gemacht Als nächstes gibt es den Sniper So Warte mal Wo waren das? Die haben ja alle gekriegt Äh, das ist die Schrot Da hin Mal gucken Boah, guck mal, die sieht schon blau aus Ja 14 Schaden, mal 9 Ja auch, du, was machst denn hier? So nochmal Ne, nur du hast die gekriegt Ach da, ich hab die Ne, ich hab sie auch Da ist er Haben wir hier noch Kisten? Burning Sniper Burning Sniper ist eigentlich voll schlecht Die ist nicht mehr grün oder so Wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen zu Dr. Z, glaube ich, zurück Also in die Stadt Was ist das denn? Wo ging der Schuss denn hin? Xish von Venom Wir zocken mit allem drum und dran Ach hier, zu Catch a Ride müssen wir Wo müssen wir? Hier, zu dem hier Ach, jetzt gibt's Autos, oder? Jetzt gibt's Autos Bonehead Dieb Ja, mach dir mal, ich schieße Ne, das ist ein Quest-Türmel Ich hab eine Quest angenommen und jetzt bist du irgendwo da hinten ins Lager Hm, ja, stimmt, wenn wir ins Lager fertig haben, das wird schwer Das hab ich noch gemacht, dann hab ich aufgehört Das wird der Abgläubig Endlich schmackig Ja, das sind wir noch vor der Maka schon Weil, wie gesagt, ein Bolland ist nicht leicht Ich kann nur eh nicht mehr als denken nach einem Interfekt, oder? Doch, so, das gehört netto vorrennen Justo, ja, 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 ja Oh, halten die viel aus Nimm dir auch mal Schaden? Level 10, hallo? Oh, ich renne noch mal rein Dead Aim, Dead Aim, Dead Aim Ich seh's, ja, ha, 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 ha Das Ziel steht noch hinten oder immer bei Ihnen, der Hammer, oder? Ich hab noch nicht rausgefunden, die, ähm... Fuck Die durch den Scharfschützengewerbe, wie du drüberschießen musst, oder so Ich schau immer noch zu, um dich zu fügeln Ah, jetzt hab ich raus, was in den Berserker-Modern ist nicht, Idiot Schild down Kritisch, kritisch, kritisch Oh, oh, oh Nachhaltig, danke Doch, ich hab immer noch zu, um dich zu fügeln Fuck, du hast 6, oh Gott, ja, nee, ist klar Danke Wo steht Venom? Da unten, im Schussgebiet Lass mich, lass mich Egal Ist halt scheiße, die Bistel macht zwar schon gut Schaden Die macht zwar schon gut Schaden, aber die sprüht halt extrem, also Scheiße Und mit der Pumpe muss ich extrem nah ran Scheiße, was ist das denn jetzt? Kann ich hier doch wieder aufheben? Scheiße, ich kann ihn nicht mehr einsammeln Geht da jetzt in den Berserker-Mod ran Nimm ich da Schaden in den Berserker-Mod? Was schießt ihr? Ne, kriegst du Wenig, wenig, wenig Ich bin nur voll auf den Sack, krieg ich ja Ich spiel das nicht einfach, ich seh ja niemanden Oh, ich bin auch Level Up Oh Gott Jo, Dito, stimmt Äh, was kann man denn mal hier skillen Oh Auf jeden Fall voll auf Geschütz gehen Bei hinten Jetzt reicht's Maserker-Mod an, ja Kriegt der Kloppe, komm her Oh, meine Energie geht trotzdem runter Ist hier für Arsche die schrott ist auch scheiße aber letzte sekunde mein freund hier liegt ein ganz gutes gewehr smg oh geil hier ist noch ein geileres smg zweifach schaden das ist lila und das ist richtig gut geil zweifach schaden gucken wir mal bombcrasher testen wir mal aus so ist natürlich lustig ne muss noch weiter rein wenn und wenn es auch nicht durch ein werfels wird aber nicht schlecht sie hinten ist zu was müssen wir hier machen wächst ja einer für mich wir müssen zurück oh tatsache wir sind durch krass davon so eine Kiste muss man kurz Waffen tauscht diese Schritte diesmal sowas von scheiße ja das ist nicht unbedingt eine schrott nehmen wir kannst auch ein anderes Gewehr nehmen das ist das der 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 Hahahaha, falsche Taste würde ich sagen, ne? Neues Level erreicht, gleich wieder Upgrade Level 9, Tatsache, krass Äh, was nimmt man denn? Nehmen wir mal hier Heilung Kann ich gar nicht Oh, wie komm ich denn hinten ran? Schützplatz Und ich muss ein eigenes fahren, wa? Oder willst du hier eine MG haben? Oder kann ich auch hier rein? Oh, nö Was geht gleich los, ich muss bloß noch skillen Fahr mal weg, ein Stück Ich soll ein Stück weg fahren? Ich glaube, dann kann ich erst einen generieren Ne, ich kann keinen generieren, warum nicht? Jo, kannst du ran schnell fahren? Das ist übel schwer, das startet längst mit Maus Warte, Romert Ach, hier, jetzt, weil ich wahrscheinlich Jo, jetzt geht's Jo, da kommt was Jo! Wer fährt, Romert? Ich! Wim, wim 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 So Aber vielleicht kannst du jetzt die Schütze mit einer Einzelndung Schützbewegung Ja, ja Kann man, ja Na, dann los, Loro Gib mal Gas Wo müssen wir jetzt sind? Irgendwo hier den grünen Punkt denn? Oha, Loro Das lässt sich sehr beschissen vor uns Was macht denn ihr? Ist das so schwer oder was? Ja, ohne Scheiße, versuch du mal mit Maus zu lenken! Loro, soll ich mal fahren? Kann ich mal probieren? Ganz für gleich Warte mal Ähh Aussteigen Der passt da oben kaum drin, der Typ So Ja Ups Warte mal, ich muss ja mal gucken Wir müssen da drüber springen oben Wo drüber? Da drüber, wo Romert steht Genau da drüber Scheiße, wie macht man das noch mit Schiften, ne? Ja Huh Huh Was? Schaffen wir nicht Was denn? Dafür kann ich nichts, der ist mit dem Sprung weggehüpft Dafür kann ich nichts Du wirst zu langsam, du musst boosten Ah Jetzt weiß ich Ja, jetzt weiß ich, wo der Boost geht Ist ja ok Wo, wo machen wir denn den Boost? Wie komm ich Ah, hier komm ich schon Wo macht man den Boost? Hallo? Ja, ich hab mir das alles umgelegt Wie sagt, das liegt bei mir alles anders Gut, so Loro Wo willst du wohin? Da Ich glaub irgendwo hier Na ja, oder nicht Gibt's hier was bestimmt das? Mit dem grünen Ding fahren Ja, aber gibt's hier was? Weiß ich nicht Später dann ja Da muss man aber eh gleich Und jetzt? Loro? Wo ist das? Ich kann nur... Oh Ich kann nur gerade ausschießen Alle Plattfahrern Yeah Huhr eastern Naja Blätsch Blätsch Das sieht aus, der große... der passt da ja auch nicht wirklich rein ins Auto Ja, general Wo'n jetzt hin? Weiter Immer noch zu Usee Ich glaub wir müssen das Tor aufmachen Ja, ich freu mich ja Nicht hier oben. Ey, du sagst, was machst du denn? Hat er mein Auto zerstört? Hallo? Ich komm nicht mehr weg. Och, Gott. Wie müssen wir zu sehr zurück? Wie soll ich denn das ohne Auto schaffen? Ach so, ich kann zu Fuß da durchgehen. Guck doch an den Haufen hier. Guck dir das an, was er gemacht hat. Ja, warum steht ein Romier doch im Weg? Warte mal, ich hab die ganze Zeit da rumgeschlagen. Jetzt gehen wir euch mal da oben in die Kiste holen, bevor wir weitergehen. Ich kann es versuchen. Hey Lager. Hier oben ist ein Auto, da wo ich eben drin geguckt habe. Können wir dann einfach weiterlaufen? Ja, wir können doch ein neues Auto holen, oder? Hier spawnen die doch schon. Auf die paar Meter. Wir können doch noch mal her sehen. Und schon mal so. Ne, du kannst doch wieder raus. Es gibt dann noch mehr. Es gibt dann später noch mehr. Es gibt dann noch mehr. Es gibt dann noch mehr. Ja. Es gibt dann noch mehr. Leer. Toll. Ne, meine andere MG war besser. Welche waren das? Die hier. Seine pinken nehmen können. So, kannst du sagen, ich bin drin. Geh mal hier lang. Wenn du durchkommst. Warte. Na gleich. Ja toll. Ne, hier waren wir doch gerade. Ja, wir müssen zurück zu Z. Wo denn? Wir fahren außen rum. Sag mal! Wir kommen nicht außen rum, weil wir dort gesprungen sind. Okay, hier komme ich nicht durch. Stopp. Was ist das denn bei dem Spiel? Äh, wir erfüllen halt Quests halt, ne? Pandora! Und die Schatzkammer entdecken. Schwierigkeit hat, Schwierigkeit unmöglich. Super! Hab jetzt alles angenommen. Ja, ne, vom Level, weil's Level 15 schon ist. Hm. Gib mal ab, ne? Ja, gib mal ab. Ja, gib mal ab. Ja, gib mal ab. Sch